Irgendwann so, wenn wir mal bei Folge 3 Stunde 20 oder so angekommen sind. Das ist übrigens auch ein interessanter Zip. 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 Okay. 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 tallersen. Okay. 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 Ey. nur bei so viel aus wie es da rumliegt können wir wieder was für eine unordnung da macht wieder einen abflug und das fliegt noch mehr holz runter ist irgendwie toll dass meine brichtons keine helme tragen wenn dabei einem das ding auf dem kopf fällt nicht Na gut, dann habe wahrscheinlich nachher ich eine Klage haben, als wenn ein Brickthorn von einem Baumstamm erschlagen wird. Wobei er wahrscheinlich auch nicht, weil Brickthorns eh wahrscheinlich einen Vertrag mit Gefahrenzulage unterschrieben haben, wenn sie gegen Korruptions kämpfen müssen. Auch wenn sich die Klaue gesagt haben, was ich verheirt, dann kann ich die Klaue sein. Überall liegt Holz rum. Oh, wie sicher wir hier. Bei über 1000 Steinen. 1, 2, 3, 10. Also eine, so eine Reihe sind 800 Steine. Und ich habe 6 davon. 6 mal 8 ist 48. Also 4.800 Steine kann ich ungefähr bunkern. Das heißt, sie können da ruhig noch weiter graben. Dann gehen wir mal nächste Abenteuer. Dann gehen wir mal. Alles Butter? Ja? 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 Das ist gut. Na da, wozu kommt mal ein bisschen Blimstone rum? Was auch gut ist, das bedeutet nämlich mehr Bomben. Und ja, Eisen dürfte auch rumkommen. Es sind ja auch ein paar Eisenblöcke da noch. Drin versteckt. Drin versteckt. Drin versteckt. Du kannst beim Bauen helfen. Gehe. Schuhe. Gehe. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Da hängen Bobstämme in den Bäumen. Da hängen Bobstämme in den Bäumen. Da hängen Bobstämme in den Bäumen. Noch wenig weiß, wofür wir das Eisen bräuchten. Da hängen Bobstämme in den Bäumen. Da kommen sie mit der nächsten Holzladung. Da haben sie fast alles an Holz weggeschafft. Da liegt immer noch der eine Baumstamm rum. Hier liegen auch noch genug rum. Können wir theoretisch bald wieder um Randung weitermachen. Wieder mehr Eisen. Der Baumstamm wäre mir wichtiger. Da geht's. Da geht's. Wobei, das bringt gerade erstmal nichts. Dann muss ich warten, bis das Holz hier oben aufgebraucht ist, bevor ich die Stümpfe hier weg sprengen kann. Dann kommen noch. Dann kommen noch. Dann kommen noch. Untertitelung des ZDF, 2020